Wir waren 3-1 hinten drin und haben trotzdem noch eine super Leistung gezeigt und haben 4-4 draus machen können. Sonst sind wir glücklich darüber. Wir haben eigentlich auf ein 4-4 gehofft oder auf einen Sieg. Dadurch, dass wir am Anfang 3-1 hinten waren, sind wir froh um das 4-4. Es ist gut für uns, 4-4 hier in Basel zu spielen. Aber es wird auch ein hartes Spiel morgen, wenn wir nach Hause spielen. Aber ich bin glücklich mit 4-4. Wir haben alle Spiele verloren, die möglich waren, dass wir verlieren. Und ich habe gehofft, dass wir 5-3 gewinnen heute, dass es morgen nicht so spannend ist. Aber 4-4 ist eigentlich gut, aber ich habe mehr erwartet. Ich denke, ich habe okay gespielt. Ich hätte natürlich lieber gewonnen. Die Gegner hat aber auch alles gegeben. Und so ist das ein Feind gesehen. Ich bin nicht mehr so nervös wie bei meinem ersten ACA-Spiel. Aber trotzdem ist die Stimmung anders. Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat. Ich denke, dass alle ihre Besten versucht haben. Und morgen geht es weiter. Ich denke, dass wir jetzt eine sehr gute Chance haben. Obviamente, wir hätten gerne gewonnen. Aber ich denke, dass wir mit dem Travellen und allem. 4-4 ist gut. Und es ist natürlich ein Weg. Also ich denke, dass wir auch viel besser machen. Jeder will kämpfen für jeden Punkt. Und ich erwarte, dass wir morgen gewinnen und im Finale gehen. Utswil wird morgen 5-3 oder 6-2 gewinnen. Und zwar haben wir jetzt den Schwung, den wir von den letzten zwei Spielen hier in Basel bekommen haben. Werden wir mitnehmen und morgen gewinnen. Wir haben 5-3 gewonnen. Ich denke, dass wir 6-2 gewinnen können. Ich denke, dass es mehr realistisch ist, dass wir 5-3 gewinnen können. 었다- spooky-2be-2be-4be-4be-5be-5be-5be-5be-5be-5be-9be-5be-5be. Vielen Dank.